Let's go to the moon! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich war auch noch nie lustig. Okay, wo war ich stehen geblieben? Genau. Was ich euch sagen wollte ist, dass ich euch das Spiel To The Moon erhältlich auf Steam momentan die nächsten 26 Stunden noch für 2,71 Euro sehr empfehlen kann. Es ist meiner Meinung nach das beste RPG Maker XP Spiel, was ich jemals gespielt habe und ich denke, das wird es auch für immer bleiben. Es ist so erfolgreich und so gut, dass es mittlerweile sogar schon als Anime angekündigt wurde, also als Anime Film und darauf bin ich auch sehr gespannt. Zum Spiel Inhalt, eine geschichtslastige Erfahrung, in welcher zwei Doktoren in der Zeit zurückreisen, um die Erinnerung eines sterbenden Mannes zu erforschen und seinen letzten Wunsch erfüllen zu können. Das klingt jetzt etwas kryptisch vielleicht, aber das ist auch gut so. Also, wirklich, am besten ihr wisst nicht zu viel über das Spiel. Als ich das Spiel gespielt hatte, wusste ich gar nichts über das Spiel. Das Spiel habe ich im Geschäft im Regal gefunden. Unter vielen anderen Spielen stand das da und ich dachte mir, huh, To The Moon, was ist denn das? Ich habe es mir in die Hand genommen, habe es angeguckt und dachte, ey, warte, das sieht aus wie RPG Maker. Das sieht aus wie RPG Maker XP. Als ich die Screenshots, ich glaube sogar der hier war hinten drauf auf der Packung und auch andere Screenshots waren hinten drauf auf der Packung und ich dachte mir so, ey, das sieht aus wie RPG Maker XP. Ich dachte mir wirklich, das muss ich haben. Ich habe mir damals das Spiel Retail im Laden gekauft, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ich habe auch wirklich nur so einen kleinen Text irgendwie hier gehabt, wie hier und es hieß To The Moon. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ihr könnt euch auch noch hier den Trailer angucken, falls ihr das möchtet. Aber bei 2,71 Euro könnt ihr wirklich nicht viel falsch machen. Es ist auch momentan das komplette 5-Year-Anniversary-Bundle im Angebot für 12,57 Euro statt 37 Euro. Und da habt ihr To The Moon, den To The Moon Soundtrack, A Bird Story, auch ein Spiel. Dann noch den Bird Story Soundtrack. Comic Stripes von To The Moon habt ihr da mit drinne. Sieht mega cool aus. Und Finding Paradise ist drinne. Auch ein Spiel von demselben Entwickler. Und ja, der Finding Paradise Soundtrack. Und dann habt ihr da noch Comic Stripes zu Finding Paradise und To The Moon. Gut, soweit war es eigentlich schon von mir. Ich wollte euch nur dieses Spiel empfehlen, weil 2,71 Euro kann man wirklich nichts falsch machen. Und das ist es wirklich wert, das Spiel. Glaubt mir. Also, es ist eigentlich noch viel, viel mehr wert. Aber es ist momentan für 2,71 Euro zu haben. Guckt euch den Trailer vielleicht noch an, falls ihr das möchtet. Aber wenn ihr mir vertraut, dann kauft es blind. Guckt den Trailer nicht. Lasst euch komplett überraschen, was auf euch zukommt. Nehmt euch mal einen Tag Zeit. Spielt das Spiel am Stück durch. Nehmt einen Tag Zeit wirklich. Nehmt euch einen ganzen Tag Zeit. Das Spiel hat, glaube ich, um die 4 Spielstunden. Mehr ist das nicht. Nehmt euch diese 4 Stunden. Nehmt euch die Zeit. Setzt euch vielleicht mal am Wochenende hin. Spielt das Spiel durch. Das ist kein Witz. Das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Es hat zwar auch seine Schwächen. Aber die Geschichte und die Musik sind wirklich, wirklich gut. Das Einzige, das Gameplay. Hm, ja, da kann man aber drüber hinwegsehen. Ich hatte mir damals gedacht, das würde als Anime-Film viel besser funktionieren. Oder als Film im Allgemeinen. Und deswegen bin ich sehr erfreut auch über den Anime-Film, dass der angekündigt wurde. Und ich glaube, ich, wenn der in Japan draußen ist, ich fliege nach Japan und gucke mir den direkt dort an. Nein, Quatsch. Ich kann leider nicht wirklich gut japanisch. Nur 2, 3, 4, 5 Wörter. Das wird nicht reichen. Wobei ich die Geschichte ja bereits kenne. Macht euch auf jeden Fall auf eine sehr emotionale Reise gefasst. Es ist der absolute Wahnsinn, das Spiel. Ich finde es wirklich sehr gut und ich empfehle sonst ja keine Spiele. Aber das werde ich in Zukunft vielleicht auch öfter mal machen. Und das kann ich wirklich empfehlen. 2,71 Euro für die nächsten 26 Stunden. Wenn das Video hochgeladen ist, sind es vielleicht nur noch 25 Stunden. Aber das spielt keine Rolle. So, und was ich auch noch ankündigen wollte, ist, dass ich heute das Tutorial, was ich vorhabe, vielleicht 1, 2 Mal durchgehe. Und dann würde ich es morgen aufnehmen und versuchen, morgen hochzuladen. Also am 17. September. Ich würde es versuchen. Kann auch sein, dass es dann erst am 18. September hochgeladen wird. Je nachdem, wie gut es klappt. Es wird ein Anfänger-Tutorial für den RPG-Maker MV. Und wenn ich das gemacht habe, fange ich dann an mit meinen Masterclass-Tutorials für den MV. Und bereite dann das nächste Anfänger-Tutorial für den MV vor. Ich hoffe, ihr freut euch auf meine neuen Tutorials. Und ihr probiert mal To The Moon aus. Und alle, die das Spiel bereits kennen, können ja mal in die Kommentare schreiben, wie sie es so fanden. Und ja, alle, die es kaufen und spielen, können ja dann nachträglich in die Kommentare schreiben, wie sie es fanden. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und 2,71 Euro, das Spiel ist viel, viel mehr wert. Das Spiel ist Gold wert, glaubt mir, Leute. Da sieht man eigentlich erst, was mit dem RPG-Maker wirklich möglich ist. Wirklich so eine tolle und emotionale Geschichte zu erzählen, das hätte ich damals nicht für möglich gehalten, bevor ich das Spiel gespielt habe. Es ist definitiv das beste RPG-Maker-XP-Spiel, meiner Meinung nach. Okay, das war es soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen, in Anführungszeichen, uns dann morgen im Tutorial oder übermorgen. Und ich werde mich jetzt gleich hinsetzen und ein bisschen an dem Tutorial feilen und hoffe, dass ich es hinbekomme. Okay, tschüsseli. Euer Donfi. Tschüsseli. 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 Vielen Dank.